DJ Shorts, Kratzer ist da, Kratzer finisht! Die beiden im Zusammenspiel sind unglaublich. Kratzer funktioniert so gut mit DJ Shorts. Oh, aber wie? Oho, mit Autorität und Selbstvertrauen, reingedankt das Ding. Das ist ein Block von Gillespie und den erwischt er auf den höchsten Punkt. Klasse, Block! Fünf Sekunden auf der Shot-Clock. Hammond stellt den Block, das wird jetzt schwierig. Frey, Horrell Frey! Und das war eigentlich gut verteidigt von Miller, dann schlüpft er hier unten durch und trifft ihn noch. Wow! Mit dem Dreier! Und der Steal von Childs und BOOM! Von oben Joeli Childs! Spektakulär! Da ist es für drei. Und das ist natürlich ein guter Abschluss aus Rostocker Sicht. Samar für drei! Giga, Samar von ganz weit weg. Eiskalt, saucool, der Hamburger Guard. Los! Auf Mahugbe! Und der stopft den Gegenspieler fast mit in den Korb. Selon Mahugbe! Also wir haben hier nicht nur ein schnelllebiges Basketballspiel, wir haben hier auch ein unglaublich spektakuläres Basketballspiel. Und... Oh, wunderschön! Wow! Erstes Highlight-Play des Spiels! Vorarbeit war schon klasse und dann der krachende Dunk von Brian Griffin. Und der Block von Muschini gegen die beiden Mails. Spruch gibt's kostenlos obendrauf! Gute Hilfen! Boah, starker Stil von Griffin! Der geht Coast to Coast! Griffin! Ohohoho! Welcome to the Easy Credit BBL! Woooo! Den kannst du mal raushauen im ersten Spiel! Wow! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.